Also Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen Info-Video von uns, Matze. Ja, servus Leute. Oh fuck, ich hab mal wieder mein Headset, Nico. Egal für das Info-Video, tut's das jetzt schnell. Wir sind gerade auf der Wash-Up, weil wir danach heute wieder Wash-Up aufnehmen, aber darum soll's gar nicht gehen. Genau, um was geht's denn, Matze? Es ist ein, ja, quasi Ankündigung, ein kurzes Ankündigungsvideo von einem Livestream-Event, das wir veranstalten werden, da springt der eben, denk mir auch so, Hashtag abgehoben. Nee Spaß, nee Spaß. Alles self-made bei uns. Nee, und zwar, ja, zurück zum Thema. Livestream-Event wird am Samstag, den 2.7. sein. Beginnen wir, also wir fangen um 14 Uhr an, circa 14 Uhr, weiß nicht, 5 Minuten hin oder her, kann immer mal passieren. 3 Uhr nachmittags, ja. Ja, ganz genau. Was machen wir, David? Ja, wir gehen auf den guten Server von thecobics.net und werden da mit euch was zocken. Genau, so sieht's eigentlich aus. Wir werden es Livestream. Und zwar werden wir Warship-Fights machen. Ganz viele Warship-Fights. Und auch Minigames, da haben sie auch einige, ne Matze? Ja, Missile Wars zum Beispiel. Finde ich persönlich mega-nice. Aber das seht ihr dann selbst... Von Q-Hamster. Ja, richtig. Schon genug, gell? Nee, aber, ähm... Ja, also Samstag, äh, 7.2. ab 14 Uhr auf dem thecobics.net-Server. Alles Wichtige steht auch noch in der, äh, Videobeschreibung. Ja, genau. Also lest die. Und ich werd's auch hier mit Schriftzeugs einblenden und so weiter. Ähm, gut, dann, äh, wär's das soweit von dem Infovideo. Kurz und knackig. Äh, kennt man von uns gar nicht. Doch, natürlich, jedes Video ist bei uns kurz und knackig, ich mach's so. Sicherlich. Ähm, aber gut, dann, ähm, macht's gut bis zu einem weiteren, äh, Nicht-Info-Video-Video. Und kommt auf jeden Fall auf den Server, ne? Am zweiten Zeiten-Sip. Schreibt's euch in den Kalender. Hilft euch überall an, Merkern. Schreibt's euch auf die Namen und... Okay. Gut, danke fürs Zuschauen. Also, macht's gut. Ciao.